Erst fliegen Worte, dann die Fäuste. Merane gestern Abend. Rund 80 Asylgegner versuchen, Busse mit Flüchtlingen an der Abfahrt vom Bahnhof zu hindern. Die Polizei muss eingreifen, löst die Blockade gewaltsam auf. Bilanz, 3 Festnahmen und 2 verletzte Polizisten. Mittendrin die, die eigentlich nur helfen wollen oder ihren Job machen. Das ist der falsche Art, die Busse zu beschädigen und mir an die Wäsche zu wollen. Das ist nicht in Ordnung. Das muss nicht sein. Wenn man das demonstrieren, ist halt in Deutschland zu. Hat jeder seine Meinungsfreiheit? Oder sollten Sie doch bitte gefälligst friedlich machen? Stunden zuvor hat es sich die Nachricht verbreitet, dass ein Zug aus Passau mit 700 Flüchtlingen an Bord in Merane ankommen soll. Rund 200 Demonstranten versammelten sich daraufhin am Bahnhof. Darunter offenbar auch Rechtsextreme. Was sich an Gewalt entwickelt, auch in den Debatten. Ich hoffe, dass wir zu anderen Diskursformen kommen, mit den Menschen anders reden kann. Aber mit NPD-Vertretern oder so können Sie einfach ideologisch nicht reden. Das funktioniert nicht. Gewaltsame Demonstrationen wie in Merane oder letzte Woche in Freiberg. Dazu Brandanschläge auf Unterkünfte wie jüngst in Dipoltiswalde, Dresden und Freital. Immer mehr extremistische Straftaten sind es, die nun auf dem Tisch des operativen Abwehrzentrums landen. Das ist nicht akzeptabel, dass man über Politiker, über Menschen hetzt und daraus Straftaten resultieren, die schwere körperliche Schäden auch gegenüber den Leuten mit sich führen. Da werden auch in aller Harte dagegen vorgehen. Eine generelle Lösung, wie man mit den gewaltsamen Übergriffen umgehen soll, gibt es aber nicht, heißt es heute im Innenministerium. Man könne nicht jede Asylunterkunft rund um die Uhr schützen. Wann und wo Flüchtlingszüge eintreffen, werde jedenfalls nicht mehr veröffentlicht. Aber da braucht man auch nicht naiv sein. Der Kreis derer, die das wissen, ist relativ groß. Und wenn da einmal was rauskommt, wie gesagt, über die sozialen Medien ist es in Windeseile rum. Doch auch sie gibt es noch, die Aktionen für Flüchtlinge. In Chemnitz werden am Abend Lampions entzündet für mehr Menschlichkeit im Umgang mit den Asylbewerbern, während parallel Pegida wieder zum Montagsspaziergang ruft. Erst fliegen Worte, dann die Fäuste. Merane gestern Abend. Rund 80 Asylgegner versuchen, Busse mit Flüchtlingen an der Abfahrt vom Bahnhof zu hindern. Die Polizei muss eingreifen, löst die Blockade gewaltsam auf. Bilanz, drei Festnahmen und zwei verletzte Polizisten. Mittendrin die, die eigentlich nur helfen wollen oder ihren Job machen. Ich meine, es ist auch irgendwo der falsche Ort, meiner Meinung nach, hier die Busse zu beschädigen und mir an die Wäsche zu wollen. Das ist doch irgendwo nicht in Ordnung. Das muss nicht sein. Wenn man das demonstrieren, ist halt in Deutschland so. Hat jeder seine Meinungsfreiheit oder solltet es doch bitte gefälligst friedlich machen. Stunden zuvor hat es sich die Nachricht verbreitet, dass ein Zug aus Passau mit 700 Flüchtlingen an Bord in Merane ankommen soll. Rund 200 Demonstranten versammelten sich daraufhin am Bahnhof. Darunter offenbar auch Rechtsextreme. Was sich an Gewalt entwickelt, auch in den Debatten. Und ich hoffe, dass wir da zu anderen Diskursformen kommen, mit den Menschen anders reden kann. Aber mit NPD-Vertretern oder so können sie einfach ideologisch nicht reden. Das funktioniert nicht. Gewaltsame Demonstrationen wie in Merane oder letzte Woche in Freiberg. Dazu Brandanschläge auf Unterkünfte wie jüngst in Dipoltiswalde, Dresden und Freital. Immer mehr extremistische Straftaten sind es, die nun auf dem Tisch des operativen Abwehrzentrums landen. Das ist nicht akzeptabel, dass man über Politiker, über Menschen hetzt. Und daraus Straftaten resultieren, die schwere körperliche Schäden auch gegenüber den Leuten mit sich führen. Da werden auch in aller Harte dagegen vorgehen. Eine generelle Lösung, wie man mit den gewaltsamen Übergriffen umgehen soll, gibt es aber nicht, heißt es heute im Innenministerium. Man könne nicht jede Asylunterkunft rund um die Uhr schützen. Wann und wo Flüchtlingszüge eintreffen, werde jedenfalls nicht mehr veröffentlicht. Aber da braucht man auch nicht naiv sein. Der Kreis derer, die es wissen, ist relativ groß. Und wenn da einmal was rauskommt, wie gesagt, über die sozialen Medien, ist es in Windeseile rum. Doch auch sie gibt es noch, die Aktionen für Flüchtlinge. In Chemnitz werden am Abend Lampions entzündet für mehr Menschlichkeit im Umgang mit den Asylbewerbern, während parallel Pegida wieder zum Montagsspaziergang ruft.